Handlung Die Serie konzentriert sich auf eine intuitive junge Neurochirurgin, die entdeckt, dass sie die unwahrscheinliche Erbin einer Familie von Hexen ist. Während sie sich mit ihren neu entdeckten Kräften auseinandersetzt, muss sie sich mit einer unheimlichen Präsenz auseinandersetzen, die ihre Familie seit Generationen verfolgt. Wenn der Winter Einzug hält und sie die Kälte in ihren Knochen spüren, wissen sie, dass es nicht nur die Jahreszeit ist, sondern dass die Mayfair-Hexen langsam zu ihnen nach Hause treiben, wenn sie im neuen Jahr ankommen. Die neue AMC-Reihe mit dem Titel Anne Rice's Mayfair Witches ist die neueste Adaption der Roman-Trilogie Lives of the Mayfair Witches der Autorin Anne Rice. Die Serie reiht sich in die andere kürzlich erschienene Adaption von Rice' Arbeit im Netzwerk ein, Interview with the Vampire, und ist damit die zweite Fernsehserie, die auf dem Unstieg unsterblichen Universum des Autors basiert. Mayfair Witches zielt darauf ab, sich auf den ersten Roman der Reihe, The Witching Hour, zu konzentrieren und folgt einer Neurochirurgin, Dr. Ron Fielding, die erfährt, dass sie die Nachfahrin und Erbin einer einflussreichen Hexenfamilie ist, die von einer Dunkelheit heimgesucht zu werden scheint Geist. Die übernatürliche Fantasy-Horror-Serie wurde von Estes Balding und Michelle Ashford kreiert, die zusammen mit Mark Johnson, Anne Rice, Postum und Christopher Rice auch als ausführende Produzenten der Show fungieren. Im Dezember 2021 bestellte AMC diese Serie mit acht Folgen zusammen mit Interview with the Vampire, das Anfang dieses Jahres veröffentlicht wurde. Auf der New York Comic Con im Oktober 2022 kündigte das Netzwerk das Veröffentlichungsdatum und den offiziellen Trailer für die Serie an und fügte damit seine lange Liste von Horrorserien hinzu. Wenn Sie dachten, die übernatürlichen Elemente in Interview with the Vampire, der Serie wären komplex, dann warten Sie auf die Magie und das Chaos, die sich in Mayfair Witches entfalten werden. Und während Sie darauf warten, dass es ankommt, lesen Sie den folgenden Leitfaden, um mehr über die Handlung, den Trailer, das Veröffentlichungsdatum, die Besetzung und die Charaktere sowie alles, was wir bisher über Mayfair Witches wissen, zu erfahren. Mayfair Witches sollte ursprünglich am 5. Januar 2023 veröffentlicht werden, wurde aber später auf Sonntag, den 8. Januar 2023 um 9-8 Uhr verschoben, mit einer Simultanübertragung der ersten Folge auf verschiedenen AMC-Kanälen, insbesondere AMC, BBC America, Sundance TV, EFC und BTV. Nach der Premiere wird die Serie wöchentlich ausgestrahlt und gestreamt, wobei neue Folgen auf AMC und AMC und erscheinen.